Der Sperber ist einer der bekanntesten Raubvögel. Bei den Sperbern ist es so, dass geschwächte Individuen sich aus eigenem Antrieb von der Gruppe isolieren. Und wenn er keine Lust hat, Teil einer Gruppe zu sein? Ich stehe ja nicht hier und denke mir das aus. Hey! Blöde Katze! Was machst du hier? Ah! Hast du dich verletzt? Mich hat eine Katze gekratzt. Eine schwarze? So eine komische, die mir den ganzen Tag gefolgt ist. Hier, trink das. Das ist Krötengift und Natternspeichel. Vor zwei Tagen war ich noch ganz normal. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Du bist anders als andere. Ich muss das irgendwie unter Kontrolle kriegen. Ich unterrichte eigentlich nur Wildhexen, die gern Wildhexen sein wollen. Wildhexe? Ich weiß ja nicht mehr, was das ist. Wir passen auf die wilde Welt auf. Die wilden Pflanzen und die wilden Tiere. Wir sind die Wächter der wilden Natur. Der scheint dich gut zu finden. Der Rat bittet die Außerwerte näher zu treten. Wenn Chimera die Macht erlangt, wird sie versuchen, die gesamte wilde Welt auszulöschen. Du bist die, auf die wir gewartet haben. Gelobst du die wilde Welt mit aller Kraft gegen böse Mächte zu beschützen? Ja. Dich nicht von den dunklen Mächten treiben zu lassen, die dir nach dem Leben trachten? Ja. Benutze deine magischen Kräfte, denn nur du kannst die wilde Welt retten.